Yvonne Wölke? Nicht Peter. Jetzt zeigt sie ihren neuen Freund. Süße Neuigkeiten von Yvonne Wölke. Nach dem ganzen Drama rund um den Fremdgeh-Skandal mit Peter Klein zeigt sie stolz ihren neuen Freund. Hat Yvonne Wölke sich nun einen neuen Spielgefährten gesucht? Punkt. Punkt. Nach dem ganzen Fremdgeh-Drama rund um die 41-Jährige und ihres Kleins-Ex Peter Klein, braucht Yvonne Wölke erst einmal Ablenkung. Nach wie vor dementieren sie und Peter zwar, dass zwischen ihnen etwas lief, die volle Ladung hält bekommen sie dennoch beinahe täglich im Netz ab. Jetzt scheint sich die Blondine neu verliebt zu haben, sie zeigt ihren neuen Freund. Yvonne Wölke? Dieser süße Vierbeiner gibt ihr nun neue Kraft. In den letzten Wochen machten Yvonne Wölke und Peter Klein immer wieder klar, dass sie keine Affäre in Australien hatten. Doch sowohl Peters Ex Iris Klein als auch die Fans scheinen das noch immer nicht glauben zu wollen und kritisieren die beiden weiterhin im Netz. Zu viel für Yvonne, die sich auf Social Media zur Wehr setzt. Nun gönnt sie sich erst mal eine Auszeit und relaxt in einer Luxus-Boutique Hotel in Saalbach. Dort scheint sie ebenfalls neue Bekanntschaften gemacht zu haben. Besonders einer hat es ihr angetan, ein süßer Vierbeiner. In ihrer Instagram-Story postete sie jetzt ein Foto von sich mit dem süßen Pitbull-Terrier und schreibt dazu, Mein neuer Freund. Der tierische Begleiter zaubert der 41-Jährigen jetzt, nach all dem Drama der letzten Monate, wieder ein Lächeln ins Gesicht. Wie süß! Wie süß! Wie süß! Wie süß! Wie süß! Untertitelung des ZDF, 2020